Und da sind wir auch schon wieder beim nächsten Kanal, und zwar bei This Game is on Fire. Ein ungewöhnlicher Kanalname, aber okay. 14 Abonnenten, auf Facebook vertreten, 485 Aufrufe. Ja, seit dem 26.01. diesen Jahres dabei. Jetzt gucken wir mal in die Beschreibung. Ne, als... Also erstmal, was soll als nächstes brennen? Okay, wegen Fire. Eigentlich ein sehr guter Spruch. Willkommen auf unserem Kanal. Hier findet ihr Gameplays, Commentaries und parallel laufen ein paar Fun-Projekte. Vier. Ja, wir sehen uns zur Zeit, nämlich Stefan und Johannes. Das wüsste ich aber, wenn ich auf dem Kanal wäre. Fragen? Schreibt mir eine Band oder E-Mail. gamesonfire2601 at gmail.com Ja, wie gesagt, hier ist es so ein bisschen ähnlich wie beim letzten Kanal. Wie bei T6Smi. Da kann man auch noch ein bisschen was, äh, ja, da hinschreiben. Zum Beispiel, ihr unterteilt das, schreibt, schreibt zwei, drei Sachen über Stefan. Achso, das wäre eigentlich mein Job, dass ich ein paar Sachen über mich teilschreibe. Und der Johannes schreibt zwei, drei Sachen über sich hin, dann geplanten Projekte, laufende Projekte, halt sowas irgendwie. Weil sonst ist das ein bisschen leer. Irgendwie finde ich, ist nicht irgendwie einladend für den Zuschauer. Ist meine Meinung. Also ist ja immer, äh, Ansichtssache. Dann gucken wir mal bei den Videos vorbei. Da habe ich mich mal reingeschaltet, hier bei Sniper Battle. Ich glaube, das ist, äh, Battlefield, glaube ich, habe sie gesagt. Oder COD, weiß ich gar nicht. Eins von den beiden ist es. Aber ich weiß nicht, was ich glaube, aber Battlefield. Ja, sehr viel Sniper Battle haben sie hochgeladen. Dann haben sie mal so, äh, Seelsorge-Telefon-Schein. Ich habe zwei Girls, One Cup geguckt. Boah, bitte guckt das nie. Wer doch nicht Two Girls, One Cup geguckt hat. Ich empfehle euch, guckt's nicht. Ihr werdet danach keinen Hunger mehr haben. So, ihr Intro haben sie hochgeladen. Äh, ein paar von... What the fuck? Moment. Lasst doch Max tuben. Tuben, tuben. Wie gesagt, sehr viel Sniper Battle. Meistens, glaube ich, von Battlefield 3. Ja, also. Wer gerne auf Shooter steht, auf What the fuck Momente oder mal bei Two Girls, One Cup vorbeigucken will, der soll da auf den Kanäle gehen. Von This Game is on Fire. Von den beiden Leuten hier, Stefan und Johannes. Nochmal, das wüsste ich, wenn ich noch einen Kanal hätte. Und... Ja, falls ihr dann auch mal vorgestellt werden wollt, wo wir kurz gucken... Ja gut. Also, falls ihr auch mal vorgestellt werden wollt, dann schreibt mir in den Bergen. Schreibt mich im Let's Play Forum an. Und schon seid ihr auf der Liste mit dabei und werdet vorgestellt. Also, wir sehen uns beim nächsten Kanal wieder. Zwei haben wir noch. Die auf der Liste stehen. Ja, dann... Bis dahin. Euer HSBLP. Tschüssi und danke fürs Zuschauen.